Vielen Dank für diese Aussichten. Und das war es soweit von uns. Aber bevor wir uns endgültig verabschieden und für heute Tschüss sagen, müssen wir noch jemanden verabschieden, auch wenn uns allen hier das sehr, sehr schwer fällt. Und mir persönlich auch nochmal besonders, denn wir beide haben am selben Tag gemeinsam hier bei ARD aktuell vor vielen Jahren im Digitalkanal 1 Extra angefangen. 2006 war das, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber vielleicht ist es so gesehen, liebe Linda, auch ganz passend, dass wir zwei deine letzte Sendung bei ARD aktuell hier gemeinsam verbringen. Denn da schließt sich, wenn man so will, ein Kreis von uns allen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Wir werden dich sehr, sehr vermissen. Das können wir wirklich alle sehr behaupten. Und wir drücken dir die Daumen. Bleib so, wie du bist. Oh Gott. Rock on und alles, alles Gute, Linda. Dann musst du jetzt aber auch mit mir durch die Uso-Schiene. Kein griechischer Abschied ohne Uso in diesem Sinne. Okay, alles klar. Jamas. Und wie sagt man auf Wiedersehen auf Griechisch? Tata Pume. Alles klar. In diesem Sinne. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mmh. Passend zur Verkaufung.